Wir haben schon einen Roller gekauft und der funktioniert nicht ganz. Hier ist, wie man sieht, gibt solche Geräusche. Wenn man sieht, dass das Gürtel kaputt ist. Sehen Sie, wenn ich so drehe, klack, der sitzt jetzt richtig. Sobald der Gürtel wieder nicht in seinen Platz macht, der macht klack. Sehen Sie, diese Stelle, da ist schon noch okay. Und hier fängt das an. Und jetzt sitzt alles nicht richtig. Scheiße, ne? Schon wieder sitzt. Deswegen gibt es so eine Geräusche. Zit. 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 Zit.